Mein Name ist Essengül Karaduman. Ich komme aus Frankfurt. Ich habe die Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement absolviert und bin feste Mitarbeiterin im Office-Support bei EY. Mein Name ist Lukas Günther. Ich komme aus der Nähe von Heilbronn und bin im Moment dualer Student bei EY. Ich bin der Service Line Tax und dort im Bereich Global Compliance and Reporting. Ich bin Daniela Nielinger. Ich habe meine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement bei EY gemacht. Meine Hauptaufgabe ist es, die Sachen, die mein Chef mir gibt, aufzubereiten oder Diktate vom Band zu schreiben oder vorgeschriebene Steuererklärungen auslauffertig zu machen und die ganzen Verwaltungsarbeiten natürlich auch dazu gehören. Ich bin der Sven Obeck, arbeite im Bereich Human Capital in der TEX und bin dualer Student. Das duale Studium besteht aus dem Studium an der Fachhochschule und in den Semesterferien arbeite ich dann 40 Stunden die Woche. Der größte Vorteil am dualen Studium für mich ist, dass die Theorie und die Praxis direkt verbunden sind. Die Ausbildung zum Steuerfachangestellten geht insgesamt über drei Jahre und setzt sich zusammen aus der Berufsschule, die man zweimal wöchentlich besucht und man arbeitet bei EY. Bei einer Bewerbung finde ich wichtig, dass man seine Fähigkeiten und Kompetenzen realistisch einschätzen kann und auch glaubwürdig darstellen kann. Das Besondere an EY ist, dass es, obwohl es ein global tätiges Unternehmen ist mit vielen auch internationalen Mandanten, dass man im Team sehr gut zusammenarbeiten kann. Building a Better Working World heißt für mich, dass wir alle enger zusammenrücken. Meine eigene Leistung stets zu verbessern. Sowohl mit den Mandanten als auch bei uns im Team. Wenn man merkt, dass es läuft, dann ist es einfach, dann macht es auch Spaß. Wichtig ist eine Portion Biss und natürlich auch Neugier, weil man jeden Tag aufs Neue etwas dazu lernen wird. Meine persönliche Karriereformel ist großes Engagement. Jeder Tag bietet neue Herausforderungen. Meine persönliche Karriereformel ist die praxisnahe Ausbildung und die internationalen Perspektiven. Meine Karriereformel ist Ausbildung in einer globalen Organisation und flexibles Arbeiten. Meine persönliche Karriereformel lautet starke Mandantenorientierung, erstklassige Karriereperspektiven. Wir verlaufen uns vorher an! Untertitelung des ZDF, 2020